Lauf 5 der RC zu E-Sports Series in Polrica, der Hochgeschwindigkeitsrennstrecke mit der Pole Position erneut für Julius Martin im grünen Auto, der hier sofort die Führung übernimmt, vor Steffen Walter und André Dietzel. Dahinter dann Drama bei BS Powersports, Björn Scottke gleich am Anfang weit zurückgefallen, hier ein Duell zwischen Thomas Vogt und Bodo Skreling, da kommt es zu einer leichten Berührung hier in die Schlängel, Vogt wartet, lässt Skreling nach vorne, aber beide BS Powersport Autos verlieren in der Anfangsphase viel Boden. Das Ganze hier nochmal aus der Onboard-Kamera, Scottke vorbei an Skreling in der ersten Kurve, kommt zu stark auf den Randstein und rutscht von der Strecke. Vogt muss hier ausweichen hinter Bodo Skreling, fährt neben die Strecke, hat schmutzige Reifen und rutscht dann in das Heck von Bodo Skreling, wartet brav bis der rote BS Powersport Wagen wieder vorbei ist. Also gleich eine turbulente Anfangsphase, vorne Julius Martin, Steffen Walter und André Dietzel, die drei Großen der diesjährigen Saison. Martin mit der Führung, dahinter die beiden TV-Racing-Autos von Steffen Walter und André Dietzel mit einem harten Duell. Harte Duelle auch dahinter, Vogt, Kräling, Skotke, es geht weiter, Angriff hier von Björn Scottke auf Thomas Vogt in der berühmten Ziehenkurve am Ende lang geraden. Dann Skotke bremst zu spät, Vogt wieder vorbei, dann Kontakt erneut, diesmal zwischen Skotke und Vogt. Skotke ist derjenige, der hier am meisten verliert. Das Ganze aus der Onboard-Kamera von Bodo Skreling, der fast in seinen Teamkollegen hineinfährt. Dann kommt es zu einer teaminternen Kollision zwischen Björn Skotke und Bodo Skotke, derjenige, der viel an Boden verliert. Kräling inzwischen vorbei mit einem säuberen Manöver an Thomas Vogt, damit auf der vierten Position. Vorne Julius Martin, Steffen Walter, André Dietzel weiter ganz dicht zusammen. Aber die beiden TV-Racing-Piloten sind sich nicht einig, verlieren bei ihrem Duell immer wieder wertvolle Zeit. Der lachende Dritte ist Julius Martin, der vorne an der Spitze sich immer wieder etwas absetzen kann. Steffen Walter und André Dietzel, der Tabellenführer, beide in dieser Saison mit Titelchancen. Deswegen ist es klar, dass keiner von den beiden nachgeben will. Dann ein entscheidender Move von André Dietzel kurz vor Rennende. Fährt er die bessere Linie im Geschlängel und geht vorbei an seinem Teamkollegen, der aber auf der langen Geraden noch einmal versucht zu kontern, bis sich schließlich André Dietzel endgültig durchsetzt. Der Abstand zu Julius Martin an der Spitze, aber zu diesem Zeitpunkt bereits zu groß. Damit geht der Sieg erneut an Julius Martin, der beim letzten Rennen in Portimao zum ersten Mal in der E-Sports-Series gewonnen hatte. Rennen 2, wie gewohnt mit Reverse-Grid damit. Matthias Franzen auf der Pole-Position vor Björn Skottke und Thomas Vogt. Und die beiden alten Slotka-Rivalen der RCCO kommen sich gleich in der ersten Kurve in die Quere. Da ist nur Platz für ein Auto. Skottke dreht sich nach Kontakt mit Vogt. Vogt fällt ebenfalls ganz ans Ende des Feldes zurück. Also die beiden Slotka-Champions gleich hinten. Hier das Ganze aus dem Auto von Vogt, der den besseren Start hatte, aber da ist einfach kein Platz. Berührung von der Rennleitung später als Rennunfall eingestuft. Das Ganze aus dem Fahrzeug von Bodo Kräling. Ein ganz, ganz leichter Kontakt reicht hier aus. Und erneut fährt Bodo Kräling fast in seinen Teamkollegen. Hier aus der Sicht von Björn Skottke. Das Ganze aus der Vogel-Perspektive. Vogt mit dem besseren Start kommt auf die gleiche Höhe mit Björn Skottke, der dann rüberzieht. Und es kommt zu einer leichten Berührung, die schließlich zum Dreher von Skottke. Und auch dazu führt, dass Vogt weit zurückfällt. Das Ganze nochmal aus der Perspektive des führenden Matthias Franzen, der der Nutznießer ist, zunächst in dieser Situation. Er führt vor seinem TV-Racing-Teamkollegen Steffen Walter und André Ditzel, aber nicht lange auf der langen Geraden. Walter vorbei an Franzen. Dahinter versucht es auch André Ditzel und eine leichte Berührung, hier sehen wir sie nochmal aus der anderen Perspektive, reicht Ditzel entgleisen zu lassen. Steffen Walter dadurch mit einem Riesenvorsprung an der Spitze. Die Verfolgergruppe dahinter Martin, Kräling, Vogt, Skottke und Ditzel. Und André Ditzel, der Tabellenführer, macht einen seltenen Fehler, als Vogt vor ihm etwas entschlingert gerät, verliert Ditzel in der schnellen Schikane die Kontrolle über den EX Zero. Damit ist er raus aus der Entscheidung an der Spitze. Vorne wird es immer enger zwischen Steffen Walter und Julius Martin. Zickzack fahren auf der langen Geraden, um Martin aus dem Windschatten abzuschütteln. Attacke von Martin in der langgezogenen Rechtskurve. Walter kann abwehren. Wir sind bereits in der letzten Runde. Immer wieder versucht es Martin, noch einen Weg zu finden vorbei am EX Zero von Steffen Walter. Der verteidigt sich aber in der letzten Runde so geschickt, dass es dem TV-Racing-Piloten gelingt, sein erstes Rennen in der RCZO eSport Series mit dem EX Zero zu gewinnen. Erster Sieg also für Steffen Walter. Dahinter Julius Martin auf Platz 2. Weiter an der Tabellenspitze André Ditzel. Drama dahinter im Kampf um die dritte Position. Fehler von Bodo Kräling kurz vor Rennende ohne Bedrängnis überschlägt er sich mit seinem EX Zero und verliert damit das Podiumsergebnis an Thomas Vogt. Hier nochmal das Ganze aus der anderen Perspektive. Zu schnell in der Schikane mit den Reifen, die schon etwas nachgelassen haben. Kräling landet auf dem Dach, Vogt dafür zum ersten Mal in dieser Saison auf dem Podium und ist damit qualifiziert für das Superfinale in Le Mans.